Jetzt wird's crazy. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Oh, nee. Das lebt doch gleich, wenn ich das befreit hab. Siehst du noch? Aber der hat doch gar keine 100 Arme. Langer Weg ist lang. Da sind Gegner. Muss ich die machen? Ich seh jetzt keinen Grund, warum ich die machen sollte. Ich bin ja schon oben. Oh ja, Heilung hab ich richtig gebraucht jetzt. Nee, der kannst du durchlaufen und dann gehen die weg. Mit den Seelen kannst du leider nichts machen. Ist das intended, was ich hier... Also ist das so intended, was ich hier tue? Ja, den muss ich machen. Oh, ah. Oh, ah. Ja, war echt ein nicer Stunlock, fand ich auch, aber ich konnte ihn leider nicht halten. Bruder, chill mal deine Base. Oh fuck, das sind ganz schön viele hier. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo will ich jetzt lang? Oh fuck, ist doch ein roter Angriff Irgendwie hat er mich trotzdem nicht getroffen, obwohl ich voll verkackt habe Chill dude Oh fuck Okay, zurück damit Ach Gönn mir den einen Hit jetzt, danke Mach ich sie doch alle, weißt du Ach, ich lerne das noch Der war perfekt So, jetzt kann ich wieder hoch Kannst du einfach mal den Knopf drücken und gucken Ich meine, es spawnen jetzt einfach nur Blöcke Ja Mit dem muss ich auch irgendwas machen, aber ich hab halt noch nicht gesehen, was Ich glaub ich war zu fett für den Block Der ging erst hoch, als ich gesprungen bin Äh Ich muss zur Kette, aber wie? Äh ja, komm hier nicht rum Nein, oh, das war dumm Oh, das war so dumm Kann ich klettern? Nein Hallo Wie tief kann ich fallen? In den anderen Leveln konnte ich nie so tief fallen Ach fuck, warum heilte ich mich denn? Ich kann mir doch hier hin Da hinten muss ich hin Warum sollte ich dann hier einen Block mitnehmen? Den brauche ich hier doch gar nicht Oder? Warum, ich kann den ja auch höher cheaten, weißt du? Guck mal, ich kann doch jetzt Abuse ich Spielmechaniken? Ich weiß es nicht Ah, okay I see Ich brauche einen Block Aber den kann ich mir doch irgendwo her nehmen Scheiß drauf Warte mal Oh, oh, warte Kurz Ausdauercheck Ich hab verkackt Ach, doch nicht Ah Wo bin ich? Ich weiß es nicht Ah Nein 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 Okay, das ist gut Na, den will ich vielleicht sogar Der ist sogar noch besser Ne, nimm den oben Den So Au Ist das Dein ernst Dein fucking ernst Muss jetzt reichen Danke So Jetzt kommen wir hier rein Habe ich das Level jetzt übelst Gecheased Habe ich oder habe ich nicht, Chat? Irgendwie fühlt sich das mega gecheased an Fuck, ich bremse zu spät So Yes Not Hat Blinky das schon gespielt? Das hier? Also, dass du das Spiel gespielt hast, weiß ich Aber die Stelle hier schon? Blinky guckt dann wahrscheinlich Gar nicht, wenn er das nicht gespielt hätte Oh, ich glaube hier wird es schwerer Ich glaube hier kann ich nicht so krass schießen Nein Hm Okay Ich höre nur zu Besser ist das Bei mir lernst du nur, wie du das hier nicht machen solltest Oh Komm jetzt hier Trickshot Total schief Egal Reicht das? Perfekt Oh, come on Es hat nur gereicht, weil ich drauf stand Oh, nee Wobei das hier ist ja sehr ersichtlich Das andere war ja Oh, fuck Warte mal, zurück Ich habe gepennt Aua Äh Nein Zurück Warte auf mich Warte auf mich Scheiße, wie mache ich das Ding jetzt? Okay So Oh, bremsen Oh Gott Alter Nein Oh mein Gott Komm zurück Oh, ist das stressig Ähm Das war alles sehr schief So Nein Komm her Oh Aber ich mag die Rätsel Aber ich mag die Rätsel Ich weiß nicht, wie ihr das seht Aber ich finde das eigentlich ganz nett Auch wenn ich das jetzt noch zweimal woanders machen muss Das ist ein sehr langes Rätsel Okay, das erste habe ich hardcore gechees Oh nein Ich muss runter Äh Oh 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 Komm zurück Oh fuck Was mache ich jetzt Ja da Ich bin der Killer Oh lol Oh 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 Und wieder draufgeklettert Scheiße Der ist aber auch sehr langsam geworden Der Block War jetzt aber auch scheiße Ähm Das konnte man jetzt nicht so cheesen Aber ich will weiter cheesen Cheesen macht Spaß Mach Käse Ha Weil ich gerade auch mal von hier cheesen kann Aber hier sind überall Gitter in den Fenstern Die haben nachgedacht So ein Scheiß Aber warte mal Wo ist denn der Schalter Ah Da muss eine Kugel rein Okay Oh warte mal Okay Da prallt man sofort ab Möcht mich nur umgucken Da ist eine Kiste Da ist eine Kiste Okay da rollen die Kugeln lang Okay Das On-Schalter für Kisten Da kommt auch eine Kugel Oh shit ey Da kommen ganz schön viele Kugeln Hier in den Einsatz Aber warte mal Äh Wo habe ich jetzt die Kiste gesehen Da Oh ein Blitz ist zu Es gab es hier for free Wie komme ich jetzt hier wieder weg Ich glaube hier sollte ich nicht so hin Wie ich hingekommen bin Alter Okay Das ist noch locked Das auch Hä Wo fängt das Rätsel an Mein Gott Da hinten Ah der ist noch Ah okay Hier fängt es an Ah I see Okay Ich habe es schon verstanden Okay 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 Hier kriege ich jetzt einen Block hin Nehmen wir mal Zack Zack Komm zurück Bitte Danke Möchte kurz eine neue Kugel machen Ah sehr gut Das schaltet den da frei wahrscheinlich Ja Nach einem ordentlichen Chili Kenne ich das Gefühl Aris Äh Du kommst erstmal hier hin Warte mal Dann kann der hier lang rollen Und da kommt noch eine Die soll aber Nicht Warte mal Wir haben zwei Kugeln Eine soll hier lang rollen und da rein Die andere soll da rein Okay Das heißt Hier muss ich absperren Dann komm mal her Problem ist Ich kann nicht Springen Wenn ich dich Trage So Eine große wäre natürlich besser Aber die kleine müsste es auch tun Weiß halt nicht Ob die Kugel so stark rollt Die rollt da dann Darunter Ja dann müssen wir da auch absperren Sonst rollt die da runter Ach so schräg hinstellen Ja das ist natürlich Ah ja Hat mir das Spiel jetzt einen guten Tipp gegeben Schräg hinstellen ist natürlich smart So smart bin ich nicht Äh Warte mal Die müsste dann so stehen Haut das hin Hoffbe Gucken wir mal ob das hinhaut Ich hab sogar noch zwei Kisten über Irgendwas ist hier falsch Aber egal Lass gucken Okay Die hat schon mal nicht funktionieren Kann ich die noch retten? Hä? Ja dann roll ich die halt per Hand Oh Moment Bin gleich wieder da Ah Bin gleich wieder da Ja äh Okay Hä? Ich dachte ich kann die nicht bewegen Aber okay Kann man eigentlich Nee mit dem Fall geht nicht Okay man muss gegenhauen Okay Jetzt da hinten hin Dann darf ich gleich gegen den hundertarmigen kämpfen Und der zerstört mich wahrscheinlich Ich muss da lang Gehst du an wenn ich drüber fliege? Nein Aua Was? Ihr wollt dass ich da rübergehe Ja? Okay Nix leichter als das Brauche ich Die Frage ist Brauche ich die Brauche ich die anderen? Also brauche ich die drüben? Wenn ich die nicht drüben brauche Ist das easy Weil dann machen wir einfach Wieder den hier Ich bin noch höher Oh warte mal Ich bin schon sehr hoch Aua Bring uns bitte nicht in Schräglagekiste Das wäre ein großes Problem Oh lol Oh lol Oh lol Geht voll ab Ja ich Warte mal Wo muss ich hin? Da muss die Kiste hin Oh warte mal Kriege ich hin? Kriege ich die jetzt da rüber geschleudert? Wo ist die andere? Ich sehe sie nicht mehr Oh die ist weit unten Fuck Da war ich zu greedy Mal wieder runter Hilfe 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 Größer aus Salt Town 63 Kills als Hanso Und GZ Wieso tust du dir das an? Manchmal habe ich das auch Manchmal habe ich da auch Lust drauf Aber warum tust du dir das an? Ich habe gerade viel Mist gebaut hier I don't know Problem ist Ich ziehe die immer zu mir Siehst du Einer erwähnt Overwatch Und alle haben wieder Lust auf Overwatch Was ist das? Was passiert hier? Was ist das? Ey ich habe es gleich Ohne Scheiß Oh Moment Oh oh Ähm 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 Die Dinger sind kaputt gegangen Ich war zu hoch Wir machen es mal mit den regulären Würfeln Ja denn es Tinkertown ist nicht ne? Ähm Das muss ich einen da aber mit rüber kriegen Das wird jetzt ein Problem Ich meine da brauche ich drei für Zumindest so wie ich das Spiel verstehe Oh Ich muss beichten Dennis Dennis Ich habe gerade kurz ein Dennis Ach Dennis 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 Guck mal So ist es natürlich einfach Wenn man es so macht Wenn man daran denkt Dass man die auch werfen kann Ist das natürlich chill Dann bist du auf Ich bin fast Ja Dann bist du Das natürlich Das ist eine